Wir sind bereit, bereit für die nächste Geschichte. Fällt das Holly-Festival ins Wasser? Globus TV, ganz nah dabei, nimmt sich was vor. Ganz viele Optionen haben wir heute. Fussballstadt und Holly-Festival. Wer hat das beste Angebot? Nun, zum Glück sind wir gestern so geil abgegangen. Das war der Denz des Jahres, kann man heute schon behaupten. Und was nehmen wir da für einen Titel für diese Story? Nun, wir leben mit Pothos und Denzig. Fabian Contra-Kar kommt direkt aus Becci. Und ich bin geflext. Hahaha. Sei Holly in Jena. Bier und Vodka Cola sind überteuert. Und unsere Trinkflaschen mussten wir am Eingang abgeben. Und Alter! Übelste Mundwüste macht sich breit. Alter Art! Hoffentlich macht sich nicht nur die Mundwüste breit. Hahahaha. Hallo? Was schreibst du da auf? Putin ist gut. Was ist hier los? Halt die Maul. Hahaha. Ich war hier. Halt die Maul L Oh! Ist unser Leben äh Story genug? Spiel mir ein Lied, Dicker. Die Karre ist geil. Die Nordgang ist unterwegs. Zu nice, Dicker. Zu nice.